Hallo liebe Stars-Fitness-Members, ich bin die Elvira aus dem Studio Rennweh und wir machen jetzt 45 Minuten gemeinsam eine Back-Hail-Kleinheit, also ein gesunder Rücken. Was brauchst du heute? Ein Terrabant? Das nimmst du dir dann auch gleich mal sehr weit zu haben. Erstmal legst du am Boden und brauchst eine Matte, bequeme Kleidung wie immer und erstmal deinen stabilen Stand. Leg mal deine Fußinnenseiten aneinander, dann öffne die Zehen und die Fersen, sodass du wirklich zentriert unter deinem Becken gut mit den Füßen am Boden stehst. Denk dir wieder an deine drei Punkte, die ich ganz gerne sage, unter dem Großzehenbundgelenk, dem kleinen Zehenbundgelenk und dem Fersenbein. Deine Knie sind ein wenig gebeugt, also streck mal ganz bewusst die Knie durch und dann lass sie locker. Das ist die Position, die du brauchst und dein Becken ist in der Neutralen. Das heißt, du ziehst die Sitzbeinhöcke ein wenig Richtung Fersen und spürst auch schon, wie sich hier dein Bauchgeflecht, deine Korsagenartige, stabile Mitte gut aktiviert. Gleichzeitig ziehst du den Hinterkopf nach oben und lässt die Arme mal ganz bewusst hängen. Und gedanklich bist du jetzt an einer Schnur befestigt, die an deinem Hinterkopf dich nach oben zieht. Und du lässt dein Gewicht mal ganz bewusst vor- und zurückkleiden. Mal näher auf die Zehen, mal näher auf die Fersen mit dem Gewicht, ohne die Füße, die Fußsohlen vom Boden zu lösen. Spür mal dein Gleichgewicht in der Aufrichtung. Stell dir vor, du wärst ein aufgerichteter, ganz stabiler Bambusstab. Den kann man nicht biegen, der bleibt. Und du beginnst mit deinem Gewicht mal zu kreisen. Das heißt, du belastest abwechselnd die Fußvorderseite, die Außenkanten, kommst mehr auf die Fersen und dann wieder zur Mitte. Geh mal in die andere Richtung. Sehr gut. Dann kommst du wieder zur Mitte zurück und ziehst mal ganz bewusst deine Fingerspitzen Richtung Füße. Lass den Kopf mal neigen zur rechten Seite und zur linken. Hab das Gefühl, ein Ohr will immer näher Richtung Himmel oder Richtung Decke kommen. Du ziehst den Nacken noch immer lang. Deine Rippen sind geschlossen. Dein Bauchnagel ist nach innen gezogen. Beim nächsten Mal nach rechts neigen. Kommst du über die rechte Seite mit dem Kinn zum Brustbein und zur anderen Seite. Und über links wieder nach oben. Das Gleiche machst du jetzt abwechselnd. Du zeichnest also einen Halbenkreis. Aber denk daran, dass dein Kinn Richtung Körpermitte zeigt. Und du wirklich die ganze Bewegungsamplitude aus. Noch einmal zu jeder Seite. Und wenn du das nächste Mal in der Mitte angelangt bist, atmest du mal ein. Bringst deine Arme vor die Körpermitte. Und nach außen. Weit nach außen. Öffne mal dein Brustbein. Halte die Stabilität. Und wieder ausatmend. Schiebe mal die Finger zusammen. Einatmen. Zieh. Als hättest du jetzt schon dieses Theraman zwischen den Händen gespannt. Und ausatmend. Schiebe die Finger zusammen. Öffne dein Brustbein. Noch zweimal ein Bein nach außen. Und wieder zusammen schieben. Und ein letztes Mal. Wir bleiben außen. Und du beugst nur dein Elbogen. Du ziehst die Schultern weg vom Ohrlöppchen. Noch einmal bist du hier ganz aufgerichtet. Und drehst jetzt mal den Oberkörper. Stell dir vor, du hättest hier schon dieses Theraman gespannt zwischen den Händen. Und du musst es auseinanderziehen. Und rotierst mit der Brustwirbelsäule rechts. Und noch zweimal. Rechts. Und links beim Becken. Deine Beine bleiben ganz stabil. Achte darauf, dass du nicht mitdrehst. Komm zur Mitte zurück. Bring deine Hände mal auf die Oberschenkeln. Bring dein Gesäß hinter die Körpermitte. Beug deine Knie ein wenig mehr. Und jetzt drück dich eine Anlänge weg von den Oberschenkeln. Und lass dich mal ganz los noch vorfein. Runde dich. Atme ein. Mach dich lang. Atme aus. Noch zweimal. Lachen. Rund. Und dann gehst du mit den Händen mit zu den Zehen. Schnapp dir mal deine Zehen von unten. Schieb deine Finger so in diese Grube unter dem Zehngelenk. Und dann lässt du bewusst mal rechts und links deine Beine strecken und beugen. Dein Kopf hängt. Und vorne ziehen ganz locker. Mobilisier deine Beinrückseite. Immer mehr. Kommt dein Oberkörper noch vor. Der Bauchnabel zieht zur Mitte. Und dann beug deine Knie. Drück dich noch mal vorne in den Oberschenkeln weg. Komm in die Länge. Und stehe wieder auf. Nimm jetzt mal deinen rechten Arm vor den Körper. Über den Körper. Und kreis über die Rückseite. Wieder nach vorne. Und das Ganze jetzt in einem ganzen Kreis. Atme ein. Atme aus. Ein. Und aus. Achte darauf, dass beide Knie noch vorzahlen. Dein Schultergelenk wird noch mal schön aufgewärmt. Atme ein. Und aus. Spür richtig, wie die Schulterblätter zusammen schieben. Nach unten ziehen. Den Unterkanten ein. Letztes Mal. Und dann startet der linke Arm. Komm nach vor. Nach oben. Und Paddel rückwärts. So als würdest du mit diesem Arm hinter dem Körper eintauchen wollen. Und dich rückwärts wie so ein Paddel. Antauchen wollen. Du drückst die Linderstache nach vorne. Achte jetzt noch etwas mehr auf deine Beine. Und auf dein Becken. Kreiswärts. Ein. Und aus. Schau mal dem Arm hinterher. Noch drei Mal. Wunderbar. Ein letztes Mal. Und dann komm wieder zur Mitte zurück. Wunderbar. Jetzt nehmt mal beide Schultern in eine Kreisbewegung. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 5, 6, . Und etwa 15, 7, 7, 8, 9, 10, 10. Ziehst du die Schulterblattspitzen Richtung Heillinien? Während dein Unterbauch stabil bleibt. Noch zweimal. Leg beim nächsten Mal deine Hände mal ans Becken und das Becken schaubelt vor und zurück. Spür mal beim nach vorne ziehen, dass du den Baugnabel nach innen ziehst. Und noch etwas mehr Platz im unteren Rücken schaffst. Und jetzt gehe ich mal mit dem Becken rechts, Mitte und links, Mitte. Du kannst die Hände hier lassen, du kannst die Hände hängen lassen, was dir angenehmer ist. Ich finde es immer ganz gut so ein bisschen zu tasten, zu spüren, welche Bewegung dein Becken macht. Die Knie sind beweglich und du gehst jetzt mal den ganzen Kreis bis vor, Seite, zurück, Seite. Und die andere Seite. Jedes Mal, wenn du vorne bist, wechselst du die Richtung. Isoliert, wirklich ganz bewusst die Bewegung des Beckens steuernd. Und noch einmal zu jeder Seite. Und letztes Mal links, rückwärts und links. Und jetzt gehst du die ganze Bewegung etwas runder durch. Du lässt dein Becken kreisen. Wechsel die Richtung, wenn du das nächste Mal vorne bist. Und dann komm wieder zur Mitte zurück. Und nachdem dein Becken jetzt schon beweglich ist, machen wir die erste Übung. Du stellst dir an deiner Körpermitte entlang eine Linie vor. Und die hat einen Punkt am Boden. Und diesen Punkt umrundest du mit deinem Becken in einer liegenden Acht. Das heißt, du kommst nach vorne, außen zurück und über die Mitte wechselst du hier die Richtung. Es geht hier wirklich ganz bewusst um dieses Steuern der Beckenbewegung. Und damit verbunden auch die Kontrolle der Wirbelsäule. Wo steht mein Becken? Und das ist so das Fundament der Wirbelsäule. Wenn du dein Becken bewusst platzieren kannst, geh mal in die andere Richtung mit deiner liegenden Acht. Dann hast du hier schon mal die Basis geschaffen, um deine Wirbelsäule selbst gut aufrichten zu können. Und spür mal, ob das Schleifen nach rechts oder nach links vielleicht unterschiedlich ist. Wunderbar. Letztes Mal. Bleib in der Mitte stehen. Und jetzt eben mal die Arme und schwing durch. Argen aus. Und ein. Und ein. Und kreisel auch einen wenigen Schwung. Wir nehmen uns gleich das Thera-Band. Schwing noch zweimal. Und dann kommen die Arme wieder zur Rumpf zurück. Hol dir dein Band kurz. Und nimm es mal doppelt, sodass du es schulterbreit greifen kannst. Vielleicht sogar ein wenig breiter, sodass deine Arme ein bisschen nach außen gehen. Versuch das Band jetzt unter Spannung zu halten. Und vor allem deine Arme gestreckt zu halten. Du startest mit den Armen vor dem Körper. Und wir mobilisieren jetzt noch etwas mehr die Schulter von der Seite. Wie ihr gesehen möchtest du jetzt. Ohne dass du hier überstreckst. Also dein ganze Rumpf bleibt aktiv. Die gestreckten Arme hinter den Körper bringen. Und von hinter dem Körper wieder. Vorsichtig zurück. Bleib gestreckt im Ellbogelenk. Schau mal, wie weit du kommst. Wie viel du aktivieren musst. Um diese Streckung zu halten. Und wenn es irgendwo stickt und zwackt, ist es definitiv nötig, hier mehr Mobilität in dein Schultergelenk zu bringen. Denk daran, dein Rumpf bleibt aufrecht. Kommst hier nicht ins Wohlpreis und auch nicht um die Überstreckung in der Brustwirbelseile. Sehr gut. Ein letztes Mal. Wir brauchen diese geöffneten, gestreckten Arme gleich in der nächsten Übung. Und lass dein Band los. Nimm beide Endpläne. Schau, dass du das gut halten kannst. Nach dem Halten des Bandes ist wichtig, dass du auch hier dein Handgelenk stabil hältst. Also dass du nicht überbeugst und überstreckst. Greif das Band und steig mal mit deinen Füßen hinein. Etwa hüftbreit. Vielleicht etwas breiter, wenn du so gut stabil stehst. Ich zeige es von der Seite her vor. Deine Knie sind jetzt oberhalb des Sprunggelenks. Dein Gesäß geht ein wenig zurück. Das haben wir anfänglich beim Aufwärmen gemacht. Und du überkreuz das Band jetzt vor deinem Körper. Gut. Was du machen möchtest, ist, du ziehst die gestrengten Arme nach oben. Und bringst sie wieder zurück zur Mitte. Und hierbei hältst du den Rumpf auf. Das heißt, dein Brustbein ist lang. Wenn das Band zu kurz ist, dann ist es ein bisschen schwierig. Dann mach die Bewegung vielleicht ohne Band. Wenn es zu lang ist, wichelst du dir einfach um die Handgelenke. Du bist nach außen. Also du denkst, und das siehst du jetzt wahrscheinlich auch am Bildschirm, an ein X. Zieh nach außen und komm wieder zur Mitte. Nach außen. Noch einmal. Nach außen. Gut. Wir kombinieren die Bewegungen. Du kommst nach oben, ziehst nach außen auf Schulterhöhe, kommst wieder zurück über Kopf. Und zur Mitte zurück. Zieh nach oben, nach außen, auf Schulterhöhe und wieder zurück. Bleib dran. Zieh nach oben, nach außen. Und denk den Oberkörper lang. Mein Band ist ziemlich kurz, also meine Übung ist wirklich anstrengend. Wenn es nur drei, vier sind, die du schaffst, ist gut. Dann mach einfach eine kurze Pause. Mach so circa zehn Wiederholungen. Und wenn zehn zu locker sind, dann ist dein Band ganz einfach zu wenig gespannt. Puh. Also ich spür's definitiv. Ein letztes Mal. Komm. Zieh nach oben, nach außen, wieder nach oben. Und lass ganz kurz locker. Lass das Band in deinen Händen halten oder einfach am Boden fallen. Ganz egal. Du lässt jetzt mal ganz kurz deine Arme baumeln und rotierst die Wirbelseite. Wir haben jetzt deine Aufrichtung erarbeitet. Mobilisieren kurz. Gut. Für die nächste Übung brauchst du das Band genau dort, was vorher war. Wieder unter den Füßen. Allerdings nimmst du jetzt das Band von unten und bringst deine Fäuste auf Schulterhöhe. Beine stehen hüftbreit. Schau mal in der ersten Bewegung, ob das gut ist so für dich oder ob du die Beine anders platzieren musst. Wichtig ist auch, deine Ellbogen bleiben hinter dem Umfeld. Also du rundest hier. Das Gefühl, du drückst aktiv mit den Oberarmen dieses Band hinter den Körper. Dein ganzer Rücken ist gut aktiviert. Bauchnabel fest. Und was du jetzt machen willst, du setzt dich einfach in eine Kniebeuge und drückst wieder hoch. Atem ein. Atem ist aus. Hast aber dieses Band hinter dem Körper gedrückt. Also aktiv die ganze Rückenkette. Nicht nur die Beine, den Po, sondern vor allem auch den Rücken. Manche von euch, die Krafttraining machen, kennen genau diese Haltung. Dann hätte man nämlich hier die Langhandelstange in den Enden. Wichtig ist wirklich, die ganze Muskelkette auf der Körperrückseite zu aktivieren. Noch zwei Mal. Setz dich so tief du kannst. Gut. Wir kombinieren die Bewegung. Nimm mal deine Arme an die Hüfte. Schau jetzt auch wieder. Das ist wirklich Geschmackssache. Manche von euch, die ein langes Band haben, werden hier halten können. Wenn das Band hier kurz ist, so wie bei mir, probier mal aus, was du brauchst, um dein Bein zur Seite zu bringen. Seite. Genau. Geh in dein linkes Bein zuerst ran. Denk wieder an die aktive Bauchspanne. An die Aufrichtung im Rücken. Seitlich. Super. Noch zwei Mal. Hier eher an die Ferse denken, die nach außen drücken will. Wechsle dein Bein ab und drück wieder nach außen. Dann Standbein immer leicht gebeugt im Kniegelenk. Nach außen. Ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Und noch zwei Mal. Ein letztes Mal. Gut. Und wie schon angekündigt, wir kombinieren die Bewegung. Nimmst die Hände wieder auf Schulterhöhe, drückst aktiv zurück, ziehst den Bauchnabel nach innen. Machst nur eine Kniebeuge. Setz dich tief. Und probier jetzt mal aus. Ob das möglich ist, dein Bein einmal nach außen zu bringen. Setz dich tief. Streckst hier. Andere Seiten. Wunderbar. Wie gesagt, ist das Band zu kurz und die Spannung zu groß, dann komm halt kurz hier wieder zur Mitte. Versuch wenigstens, diese eine Bein nach außen bewegen, so kraftvoll wie möglich zu kommen. Vielleicht geht's ja mit den Händen in der Schulterhöhe. Seitlich. Und wieder mit. Such immer wieder die Stabilität auf deinen Füßen. Bleib noch etwa 15 Sekunden in dieser Bewegung. Sehr gut. Und lass dein Bein nicht plumpsen. Stell es wirklich ganz behutsam wieder auf den Boden. Jede Bewegung ist kontrolliert. Komm tief. Hoch. Seite. Mitte. Komm tief. Hoch. Ja. Mach einmal in jede Seite. Komm. Beug die Knie. Streck dich lang. Aktiviere diese Körperrückseite. Letztes Mal. Sehr gut gemacht. Lass dann dann wieder einen Moment locker und lass die Beine mal ein wenig marschieren. Lockere, lockerer. Vielleicht auch die Schultern dazu. Wir gehen noch in eine Übung. Um jetzt hier den Schultergürtel ein wenig mehr zu aktivieren. Noch einmal steigst du auf dein Band. Und nimmst die Enden noch einmal über Kreis. Greifst von oben. Das heißt, deine Fingerknöpfle schauen jetzt nach unten. Und denk wieder an dieses Halten des Bands. Möglichst gestrecktes Handgelenk. Beine leicht gebeugt. Bauchnabel aktiv. Du ziehst jetzt mal nach oben. Genau. Zieh nach oben. Auch Schulterhöhe. Und wieder tief. Die Ellbogen sind höher als die Schulter. Atme aus. Und ein. Sehr gut. So als würdest du wirklich kraftvoll ein Gewicht nach oben ziehen. Und dieses Gegengewicht erzeugt die Spannung deines Bandes. Wenn das also zu wenig ist, dann nimm dein Band etwas kürzer. Du kannst hier marinieren. Wie wichtig ist das Greifen ganz wichtig mit guten stabilisierten Handgelenken. Und jetzt ändere mal den Griff deines Bandes. Und beug deine Ellbogen. Du greifst den Griff jetzt. Und du greifst die Gewänder von unten. Und dann offen. Also so, dass du nicht eingestellt bist. Du darfst auch die Bänder wieder überkreuzen. Bleib in der Übergreuzung. Nimm die Bänder allerdings von unten. Die Handflächen schauen nach oben. Und ziehst gegen den Widerstand des Bandes nach außen. Und zwar mit gebeugten Ellbogen von der Seite gesehen. Ellbogen nah am Körper. Und die Unterarme parallel zu oben. Zieh nach außen. Und auch hier. Verändere die Haltung deiner unteren Wirbelsäule nicht. Bleib stabil. Noch vier. Drei. Du spürst jetzt vielleicht so ein leichtes Ziehen auf der Schultervorderseite. Und denk am Kraftaufbau auf der Schulterrückseite. Wir kombinieren die Bewegungen. Du ziehst einmal. Nach oben beugst die Arme. Drehst dich um. Und kommst nach außen. Zieh nach oben. Komm vor deinem Körper. Zieh nach außen. Sehr gut. Die starke Schultern ermöglichen dir auch das Aufrichten der Brustwirbelsäule. Zieh nach oben. Wir öffnen auf der Vorderseite der Schulter. Stärken die Rückseite. Noch viermal. Komm. Zieh nach oben. Und nach außen. Und nach außen. Zieh nach oben. Noch zwei. Denk an den stabilen Griff. Noch zwei. Komm. Aus. Ein letztes Mal. Zieh nach oben. Und aus. Sehr gut. Stark. Leg dein Band jetzt kurz zum Boden. Und schüttel deine Arme kurz aus. Auch gerne die Schultern etwas locker halten. Aber halte dir diese Aufrichtung. Und deine Matte legst du jetzt gerne quer. Also ich lieb sie hier. Damit du dich besser sehen kannst. Dein Band bleibt im Dreifachen hier. Und du kommst erstmal, hast dein Band einfach neben dir, in die Rücklage. Aus dieser Rücklage. Du wolltest dich vorsichtig zurück. Und löst gleich mal deine Füße von der Matte. Deine Unterschenkel sind parallel zum Boden. Und dein Unterbauch ist fest zur Mitte gezogen. Denk jetzt nochmal an diese langen Wirbelsäule. Deine Arme rasten für einen Moment. Gerne auch die Handflächen am Boden abstützen. Und du kommst jetzt mal vorsichtig mit den Beinen nach rechts. Kommst wieder zur Mitte. Und dann vorsichtig mit den Beinen nach links. Ohne, dass sich dein Rücken hier in seiner Augenrichtung verändert. Lang und lang. Mit. Je breiter du hier die Arme öffnest, desto einfacher wird es natürlich. Also auch hier kannst du variieren. Und wenn dir das zu leicht ist, gerne deine Beine strecken. Komm zur Seite. Aber halte dir diese Kontrolle im Rumpf. Seite. Und andere Seite. Lass den Atem fließen. Wichtig ist, dass du weiter atmest. Und vielleicht, wenn du den Atem schon gut steuern kannst. Denkst du dann gelassen. Und ans Außen. Und dort, wo du mehr Kontrolle brauchst, ans Einatmen. Noch einmal zu jeder Seite. Sehr gut. Lass deine Beine jetzt mal gestreckt. Senkrecht gestreckt. Nimm deine Arme mal hinter den Kopf. Und dann auf Schulterhöhe nach oben gestreckt. So, als würde dich jemand hier an den Fingerspitzen nach oben ziehen. Rollst du mal hoch. Stell dir vor, dass dein Becken löst sich ein wenig. Und du machst eine Ruhe auf deinen Körper. Und jetzt dring mal vorsichtig den rechten Atem. Hinter den Kopf. Schau in den Deck. Und dann in den Linken. Und du kommst immer wieder mit den Schultern weg vom Boden. Atme ein. Atme aus. Empfehle ich hier. Hier brauchst du die Kontrolle. Und hier die Kraft. Sehr behüftig. Nimm diagonal sein Bein. Richtung Boden. Ein. Und aus. Das ist die Variation, die schwieriger ist. Ohne Beine ist es einfacher. Gleich dran. Noch etwa 15 Sekunden. Diagonal. Arm und Bein. Oder nur die Arme. Wie gesagt. Wichtig ist, du hältst den Bauch in Richtung Mitte. Hältst dieses neutrale Becken. Noch einmal mit der Seite. Und dann schnapp dir mal deine Knie. Und mach dich kurz gut. Leg auf den Rücken einen Moment ab. Massier ganz kurz deinen unteren Rücken. Kleine Beise. Und bleib noch so ein bisschen in der Aktivierung deines Mundes. Du nimmst jetzt mal beide Hände in die rechte Kniekehle. Und streckst dein linkes Bein in die Diagonale. Rollst hoch. Hier ist dein Bein gebeugt. Und das hintere Bein ist gestreckt. Und du hältst. Und dann wechselst du. Hier in die Diagonale. Oder wenn du geübt bist, auch gerne parallel zum Boden. Atemst ein. Atemst aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Dreh den Oberkörper ein wenig mit zum Knie. Aus. Aus. Drück jetzt mal aktiv den unteren Rücken. Noch ein wenig mehr. In die Matte. Aus. 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 Wunderbar. Noch ein paar Mal. Aus. Und wenn du den Oberen runter schenkst. Die etwas mehr parallel zum Boden lässt. Du brauchst noch mehr Bauchspannen. Spür mal den Unterschied. Du kannst dir stärker beugen. Dann hast du mehr ein bisschen Stretch-Effekt. Und hier hast du noch mehr Kraft. Noch einmal auf jede Seite. Und dann halte noch mal beide Knie fest. Leg den oberen Rücken ab. Und dann nimm beide Beine richtig rot. Jetzt kommt jetzt noch mal das Band zum Einsatz. Nimm dein Band mal doppelt, sodass es gerade noch über deine Körpermitte drüber passt. Und beide Enden sind in der Hände. Du legst dein Band jetzt auf Beckenhöhe mal über den Körper. Bevor du beginnst mit der Übung platziere dich noch mal ganz gut. Lange Rücken. Deine Füße parallel. Und deine Hände halten jetzt dieses Band am Boden. Du wirst jetzt mit der nächsten Ausatmung mit deinem Becken gegen den Widerstand des Bandes nach oben drücken. Du spürst bei der ersten Wiederholung, ob das Band zu stark unter Spannung steht. Dann kannst du es natürlich auch gerne öffnen. Wichtig ist, dass du hier nicht mit den Schultern wegholst von Damanta. Bleib hier lang. Und drück wirklich ganz bewusst mal gegen den Widerstand des Bandes. Atme ein, komm wieder tief. Und aus, komm ganz nach oben. Spür die Kraft im Gesäß, verbunden mit dem Unterbauch. Mein Band ist fast ein bisschen zufrieden, wie ich kann es ehrlich sagen. Besser. Du solltest wirklich ganz in die Streckung kommen. Dein Band in etwa auf Beckenhöhe. Stell dir bei jedem Becken gegen vor. Deine Knie wollen wegziehen. Lass deinen Fuß holen mit ihren drei Punkten wieder gut im Boden verankert. Noch drei wiederholen. Ganz in die Streckung kommen. Zwei. Ein letztes Mal. Und dann setz dich wieder vorsichtig. Gehen und schau den Hilbel ab. Sehr gut. Dann wieder in beide Hände. links vor dem Körper. Ich drehe dich mal zum Bildschirm und komme in die Seitposition. Untere Arm ist gebeugt oder im besten Fall sogar ausgestreckt. Und du spürst jetzt nochmal in dieser Seitlage die Länge deines Körpers. Deine Finger hast du ganz locker vollen Körper am Boden abgestreckt. Wichtig ist hier wieder die Aktivierung deiner Länge. Die mentale Wirbelsäule. Deine Beine sind gestreckt. Und das auf hohe Perspektive hast du eine lange Linie vom Ohrlöppchen bis zum Sprunggelenk. Und wenn deine Beine noch näher gestreckt sind, löst du sie für einen Moment von der Matte und kommst in ganz gleichmäßige Scherbenlinien. Dein Atem fließt. Deine Körperseite ist aktiv. Deine Sprunggelenke gerne locker lassen. Deine Zehenspitzen einfach locker in die Strecken, aber nicht vertranft. Achte darauf, dass dein Becken ruhig bleibt. Noch drei Scherlinien. Spür die Länge. Deine Scherlinien. Eigentlich sind es parallele Linien. Scherenbeine sind es. Und dann schließt du und liebst. Vorsichtig drehst du dich jetzt auf den Bauch. Streckst deine Beine lang auf und streckst auf die Arme noch einmal. Denkst du an ein X. Das heißt, deine Arme sind ein wenig nach außen gestreckt. Dein Bauchnabel fest weggezogen von der Matte. Und dann schaum dein Drück zu dem Mund. Zieh jetzt mal den Kopf lang und heb dein Brustbein. Und damit verbunden hebst du die Arme. Und lässt wieder vorsichtig los. Komm nicht mehr ganz zum Boden. Atme aus. Und aktiviere deine ganze Körperrückzeit. Noch ein paar Mal. Halte diesen Moment oben. Und gib dein Brust in die Länge. Du wirst jeden Fall noch länger. Sehr gut. Noch zwei Mal. Ein letztes Mal. Und dann hol deine Hände unter die Schulter. Zehen in die Matte. Und rück dich nochmal weg. Kurz in die Vierfiesler Position. Und immer die Vierfiesler auf die andere Seite. Wir kommen nochmal in unsere Scheren. Beinscheren. Wieder liegst du ganz ausgestreckt und spürst die Kraft deiner Mitte. Darf hier dich aus. Achte darauf, dass du wirklich hier oben die Schulter wegziehst vom Ohrläppchen. Geöffnet bis zum Brustbein. Und trotzdem die Rippen schließt. Und hier viel Kraft aufbaut. Denk an eine Passage. Hier hältst du stabil. Die Finger sind nur die Kontrolle. Und dann zieh deine Beine lang und beginn wieder Scherenlinien. Parallelle Linien zu zeichnen. Beinscheren und bewegen. Lass deine Beine gestreckt. Mach nicht das hier, sondern lass deine Beine gestreckt. Deine Zehenspitzen wollen weiter weg von der Mitte. Dein Nacken wird länger. Lass deine Schulter entspannt. Und spür die Kraft hier im Rumpf. Lange Muskelkette. Du kannst sogar hier die Finger reindrücken. So ein bisschen spüren, was hier alles arbeitet. Lass den Atem fließen. Noch zweimal. Und dann kommen die Beine wieder zusammen. Mach dich noch etwas länger und leg den Oberkörper ab. Sehr gut. Wir kommen noch einmal. Die letzte, letzte Kraftübung heute. Dein Band ist noch immer griffbereit in die sogenannte Körperbrettkondition. Du nimmst deine Schultern und deine Ellbogen in eine Linie. Und drückst bewusst deine Unterarme in die Matte. Und dann löst halt nacheinander die Knie, indem du bewusst die Fersen zurückschiebst. Und dein Becken Richtung Ellbogen ziehst. Und hier hältst du mal ein Moment. Spür mal deine Kraft in dieser Stützposition. Zieh die Schultern wieder weg vom Ohrnäppchen. Bauchnabel in Richtung Wirbelsäule. Und ganz klein beginnst du hier zu marschieren. Du löst jeweils einen Fuß. Und marschierst. Lass dein Becken so stabil wie möglich. Denk deine Beine in die Länge. Noch einmal 15 Sekunden. Bleib dran. Zieh die Schultern weg vom Ohrnäppchen. Zieh den Matten noch etwas länger. Bauchnabel noch einmal für 5 Sekunden. Ganz fest zur Mitte. Und stopp. Stepp deine Knie ab. Entspann deine Zehen. Und nimm deine Hände mal flächig auf die Matte. Und jetzt hab mal das Gefühl, dein Gesäß will nach oben. Während dein Brustbein, also eigentlich deine Schultern, wenn du die Matte rollst. Lade die Hände für den Rücken. Bauchnabel zu, noch immer nach innen. Gesäß will nach oben. Und dein Nacken ganz entspannt. Und zieh es dann Kinn Richtung Körpermitte. Und lass dir mal ganz bewusst die Schultern schaukeln. So dass du einmal zum Bildschirm schauen kannst. Unter den anderen. Und einmal weg vom Bildschirm. Und Bewegung und Mobilität in diese Schultern. Und damit verbunden die ganzen Wirbser. Dein Gesäß zieht noch immer nach hinten oben. Atme ein. Atme ein durch die Nase. Und aus. Ausdruck durch den Mund. Noch einmal jede Seite. Und wenn du mal jetzt dein Kopf vielleicht jetzt noch etwas tiefer. Streckt ganz lange los rein. Aber mach dich mal ganz bewusst von der Mitte startet. Und zieh den Bauchnabel nach innen. Und roll dich vor. Und dann vorne bist du die Hände unter der Schulter. Und ziehst dich noch einmal lang zurück. Und wenn du das nächste Mal im Vierfüßler bist, dann bleib hier. Und platziere deine Hände genau unter den Schultern. Und ging jetzt mal die rechte Hand auf Schulterhöhe nach vor. Die rechte Handkante drückst du jetzt bewusst mal ab tief in den Boden. Und drehst dich so, dass du unter dem linken gebeugten Arm würdest. Und streckst du wieder. Und stellst die Hand an. Das gleiche mit links. Handkante in den Boden drücken. Ellbogen beugen. Und du den Ellbogen zurück schaffst. Außenseite noch mal los. Behehnen das Ganze noch einmal auf die Seite. Such noch immer die Länge deiner Wirbelsäule. Der Bauchnabel bleibt selbst bei den Mobilisationen ganz bewusst aktiv. Jetzt nimm mal deine rechte Hand zum Bildchen. Du streckst ihn lang aus. Und in der Ausatmung streckst du mit der Hand rückseite unter den linken Arm würdest du mit der rechte Schulter am Boden. Wenn du möchtest, stellst du die linke Hand noch etwas mehr nach außen. Gib dir mehr Stabilität. Du hältst hier. Sieh ganz bewusst auch hin. Deine rechte Schulter weg vom Rollrecht. Nehmen die Schulter rückseite. Drücken sie nicht drauf. Atmen noch einmal. Ein und aus. Und mit der nächsten Einatmung. Wechselst du ganz einfach die Seite. Nehmen noch mal deine linken Arm und den Körper durch. Zieh die linke Schulter weg vom Ohrlöbchen. Die rechte Hand kannst du ein bisschen mehr nach außen platzieren. Und wirklich dieses Gefühl, dein Brustbein will noch näher Richtung Seite drücken. Schulter weg vom Ohrlöbchen. Bauchmerkel nach innen. Aktives Stretch. Atem fließt. Noch einmal ein. Und mit der Ausatmung drückst du dich noch einmal weg. Hol deine Hände noch einmal unter die Schulter. Dann hol auch deine Beine unter dem Körper raus. Komm kurz. In einem. Abgerinkelten sind. Und du stellst deine Beine jetzt so weit auseinander, dass du jeweils einen Knie breit Platz hast. Gleich noch etwas weiter. Deine Hände sind hinten im Körper abgestützt. Und jetzt achte darauf, dass du nicht hier so im Schulterbandapparat hängst, sondern öffnest du das ganz bewusst mal in dein Knie Richtung Boden. Komm wieder zur Mitte. Dann die andere Seite. Super Übung, um dein Becken wieder locker zu bekommen. Und dann auch wenn du vielleicht viel Ausdauertraining gerade machst und du läufst oder wanderst. Ganz gute Übung, um entweder aufzuwärmen oder auch nach Aktivität wieder Bewegung und Mobilität ins System zu bringen. Von der Seite gesehen. Du stellst dir jeweils ein Knie ab und bleibst aber hier offen im Bus. Lass mal beide Knie auf einer Seite liegen. Lehn dich ein wenig nach vor. Geh das Gewicht jetzt mehr auf dein vorderes Knie. Und versuch mal hinten, dein Bein im rechten Winkel zu halten. Den Fuß zu flexen. Und nur den Fuß in einer federigen Bewegung von der Matte vom Boden zu los. Klein federn. Denk an die Mobilität hier im Becken. Lass den Oberkörper aufrichten. Atem noch zweimal ein und aus. Und dann enden wir die Hecht. Komm zur anderen Seite. Beide Knie fallen zur anderen Seite. Ich zeige es von vorne. Du lehnst dich noch etwas mehr nach vor wie dieses vordere Bein. Denk an das Aufrechte im Oberkörper. Rechte Winkel im hinteren Bein. Fuß geflext. Das heißt, du drückst die Ferse weg. Und diese Ferse hebt sich für jeder da. Vorsichtig vom Boden. Wenn es auch nicht so gut geht, kann ich dir nur den Tipp geben, hier einen Besenstiel einzuspannen. Also hier den Fuß drauf aufzulegen und den Stab hier zu halten. Und dann kannst du es passiv auch, ohne die Aktivität, einfach nur mit dem Bein, oder mit der Hand gesteuert. Sehr gut. Komm wieder zur Mitte zurück. Beide Hände wieder hinter den Körper. Und jetzt kommen wir dann in einen lockeren Sitz. Schau mal, ob du beide Füße hier locker beugen kannst, beide Beine locker beugen kannst. Ansonsten setz dich einfach locker hin. Beine gestreckt, wie auch immer. Und jetzt nimm mal den Fuß nach vorne, der normalerweise nicht vorne ist. Kennst du es noch? Hat er vielleicht so einen Lieblingsfuß, der immer vorne ist? Ändere mal die Position. Richte dich noch einmal mit der Einatmung auf. Stütz dich jetzt mal mit dem rechten Arm. Und dann schau mal mit der Körper. Linke Arm. Hebe es ein. Bitte ausatmend. Reichst du dich zur Seite und schau es nach oben. Und dann schauen wir nach unten. Zur Hand. Lass beide Pobacken am Boden. Wichtig. Wenn du jetzt gerade hier hängst, zieh deine linke Pobacken wieder Richtung Matte. Schau mal, gibt es vielleicht eine bessere Seite, wo du mobiler bist. Denk noch mal, das Kinn kommt so Richtung Körpermitte. Deine Pobacken zieht tief. Und dann komm wieder zur Mitte zurück. Stütz dich noch mal hier hinten im Körper ab. Und jetzt öffne dich noch mal. Egal, ob deine Beine hier locker sind oder gebeugt. Du öffnest dich. Das heißt, du öffnest deinen Brustkopf. Und wirst sogar mit ein bisschen Kraft der Hand flächen. Dein Becken sind ja ein wenig fehl. Mach dich noch mal ganz lang. Atme ein, bringe den Kopf auch ein bisschen zurück. Und spüre so eine lange Linie vom Schambein drauf bis zum Kinn. Und atme aus. Sehr super. Noch einmal. Ein, mach dich ganz lang auf. Und jetzt bleib hier lang. Leg deine Hände nur noch vor. Atme aus. Halte die Länge. Atme noch mal ein. Geh beide Arme Richtung Deckel. Deine Handflächen berühren sich. Stoppen kurz vor deiner Stirn. Vor deinem Herzen. Und dann kannst du deine Hände beschränken. Getane Arbeit. Gut gemacht. Ich hoffe, du bist mobil. Fit für den Alltag. Deine Wirbelsäule ist gestärkt. Und du behältst dir diese Augenrechterhaltung bei. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss. 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 Tschüss.